ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zum heutigen marktupdate der nfp bericht für februar wird heute um 14 30 veröffentlicht starke arbeitsmarktdaten würden zwar für eine positive wirtschaftsentwicklung sprechen würden der fed dann aber auch mehr spielraum bei der zinspolitik geben schauen wir auf die charts den risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollen sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche legen wir direkt los wir gehen rüber in die xstation und wir fangen mit dem s&p 500 im wochenchart an der langfristige abwärtstrend ist nach wie vor intakt und heute im vorbörslichen handel ist der index auf den tiefsten stand seit zwei monaten gefallen der deutsche leitindex befindet sich in einem aufwärtstrend höhere hochs und höhere tiefs der bruch über das jahreshoch vom dienstag entpuppte sich allerdings als fehlausbruch und seitdem wird der markt zurückgeworfen aber letztes hoch letztes tief so dass kurzfristig der aufwärtstrend noch intakt ist hier unten gäbe es dann die entscheidende unterstützungsmarke entweder wird dieser bereich beim rückgang verteidigt oder der rückgang der durchbruch nach unten würde dann eine stärkere verkaufswelle auslösen wir kommen zum euro dollar hier haben wir einen aufwärtstrend höhere hochs und höhere tiefs allerdings auch in den vergangenen wochen eine sehr starke korrektur das paar erholte sich kurzfristig nach dem fehlausbruch am februartief und ist dann bis in richtung 106 gestiegen doch der kurzfristige trend der ist noch abwärts gerichtet und da wäre ein anstieg über die 10704 notwendig um daran etwas zu ändern gold befindet sich ebenfalls im aufwärtstrend im wochenchart der kurzfristige rückgang war ziemlich stark doch das edelmetall erholt sich seit mittwoch und nach dem bruch vom vergangenen freitag über den lokalen widerstand haben wir hier auch wieder eine bullische tendenz das gerne einen daumen da mehr infos gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und auch schon mal ein schönes wochenende auch schon mal ein schönes wochenende